Faserverstärkte Kunststoffe, auch kurz FVK, sind Hochleistungsmaterialien, die sich vor allen Dingen durch ihr geringes Gewicht und durch eine hohe Festigkeit und Steifigkeit auszeichnen. Ausgehend vor allen Dingen aus Anwendungen im Bereich Luft- und Raumfahrt, wird es immer mehr auch im Automobilbau oder im Zubau eingesetzt. Auch im Bereich Windenergie spielt FVK eine wichtige Rolle. Mein Name ist Markus Kaden und ich arbeite am DLR-Standort in Stuttgart am Institut für Bauweise und Strukturtechnologie an neuen Ansätzen, um Faserwundstrukturen schneller und effizienter reparieren zu können. Bei der Luftfahrt, bei Flugzeugen ist es so, dass zwei Drittel aller Schädigungen treten durch mechanische Belastungen auf, die am Boden entstehen, durch Wartungspersonal oder zum Beispiel beim Start und bei der Landung von Sachen, die auf der Fahrbahn liegen und durch das Flugzeug aufgewirbelt werden, sodass dadurch Schäden an der Unterstruktur des Flügels oder am Rumpf auftreten können. Wir am DLR haben ein Verfahren entwickelt, bei dem wir mithilfe von Induktion dünne Metallblecher wärmen, die genau an die Größe des zu reparierenden Bereiches angepasst werden können. Der erste Schritt eines Reparaturverfahrens ist immer die Erkennung des Schadens. Nach der Erkennung des Schadens und der Bewertung, wie groß abgetragen werden muss, kann der zu reparierende Bereich vorbereitet werden. Das geschieht meistens durch Fräsen. Im nächsten Schritt wird eine Klebeschicht zuerst eingebracht und dann darauf das Reparaturstück fixiert. Im Anschluss darin wird ein dünnes Metallblech mit der Außengeometrie des Schadens zugeschnitten. Das elektromagnetische Feld wird erzeugt durch eine spezielle Spulengeometrie. Diese Spulengeometrie ist aufgestickt auf ein Trägergewebe und ist sehr einfach und flexibel zu handhaben. Und dieses wird dann über einen Makroaufbau direkt an das Reparaturstück gepresst. Dann wird über ein elektromagnetisches Feld nur das Metallblech erwärmt. Unter Druck und Temperatur verbindet sich danach das Reparaturstück mit der umliegenden Struktur und somit ist der Schaden repariert. Der Vorteil unseres Verfahrens ist es, dass wir das Metallblech direkt an die Größe des zu reparierenden Bereiches anpassen können. Und über diese Flexibilität können auch gekrümmte Strukturen repariert werden. Zur Demonstration und der Technologie haben wir einen mobilen Reparaturkoffer gebaut, der alles beinhaltet, was wir für die Reparatur benötigen. Das heißt, die ganze Technologie zum Erzeugen der Wärme, zum Erzeugen der elektromagnetischen Wellen und zum Erzeugen des Druckes. Mit unserer Technologie und der mobilen Reparatureinheit wollen wir dafür sorgen, dass faserverstärkte Strukturen schneller, besser und effizienter repariert werden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017